Wir sind die Firma Ferrum Metallverarbeitung GmbH aus Enzdorf in Niederösterreich. Wir machen Schwarzkonstruktionen von Druckenbauteilen. Wir sind ein zertifiziertes Unternehmen in der Execution Klasse 3 von der CL90 her oder wie auch in der CL85 in der CL1 für Bahnbau-Baumaschinen. Hauptsächlich haben wir uns jetzt spezialisiert für den Industriekunden und fertigen dort eben Schweißkonstruktionen oder entwickeln auch diverse Teile, wo wir das Ganze technisch zeichnen, abwickeln, fertigen, einen Prototypen bauen und auch in die Serienreife bringen. Unsere Mitarbeiter bei uns im Betrieb sind sehr viele, die von Anfang an dabei sind. Wir sind durch dick und dünn gegangen und auf das bin ich irrsinnig stolz, weil eben die immer da sind, wenn man sie braucht. Mit denen haben wir das machen können, von einer Firma, die in einer Garage angefangen hat, mit einem Betrieb, der mittlerweile eine Halle hat, die zwei Laseranlagen hat, Schweißkonstruktionen fertigen, die nicht mehr normal sind, sondern dort, wo wir auch im hochqualifizierten Bereich arbeiten müssen, mit starken Prüfungen, mit Röntgenprüfungen, mit Dichtproben, mit Druckproben usw. weiter und so fort und das in einer kurzen Zeit von derzeit zwölfeinhalb Jahren. Unsere Teile, die wir fertigen, die sind immer wieder mit dicken Platten oder dünnwandigen Formröhren oder dünnen Platten versehen oder haben wir auch irgendwelche Stellen, wo man nicht dazukommt, wo man eben mit dem Weg nicht dazukommt. wo es gescheiter ist, wenn man mit dem Schutzgas eingeschweißen kann. Und dann brauchen wir natürlich die Mikroanlage dazu. Was ist dann immer ärgerlich? Wir haben sehr viel Platz gebraucht. Wir haben immer mehrere Geräte gebraucht, weil ja wir auch mehrere Schweißplätze haben. Und jetzt hat uns die Firma Vronius die E-Wave zur Verfügung gestellt und wir haben die monatlang glücklich testen dürfen und haben dann festgestellt, das ist, wir haben auf einmal eine Maschine, wo wir extrem schnell umrüsten können, umschalten können, einfach nur umschalten können zwischen Mik und Wig. Den Vorteil von dem Ganzen haben wir dann rausheben können und das sehen wir jetzt nach so einer kurzen Zeit, dass das eine sehr gute Zeitersparnis ist und natürlich qualitativ weit hochwertiger ist, als was wir vorher gearbeitet haben. Also wir haben wieder einen Schritt gesetzt, dass wir uns wieder einen Schritt nach oben bewegen und genau dort wollen wir hin. Wir wollen einfach immer besser werden und nicht stehen bleiben. Man, wir wollen einfach mal weg. Wir wollen einfach mal weg. Wir wollen einfach mal weg. Und dann versuchen wir einfach mal weg. Und dann müssen wir einfach mal weg. Wir wollen einfach mal weg. Vielen Dank.